Und damit Willkommen zurück zu Let's Play Dead by Daylight Heute natürlich wieder als Killer, jetzt passt es wieder von der Reihenfolge her Deswegen heute als Killer Ich mach gleich mal eine Lobby auf Und wir hoffen auf ein schönes Match So, wo sind meine Opferchen? Die Kitty, Hi Kitty und die Tick Und die Alex und die Murat Alles klar, so Wir natürlich als Doktor unterwegs Wir bleiben dabei Ich will endlich mal 1 Kilo auf 50 haben Ich hatte ja einen zur Wahl mal auf 50 sogar auf Sticklet 3 Ich will gar nicht mal darüber reden, egal So, mal gucken was uns erwartet Ob es heute gut oder schlecht wird Die letzten Male waren ja echt gut, muss ich sagen Man kann nicht meckern So, da der eine noch einen kurz braucht So, okay hat sich erledigt Hat sich damit erledigt Gewährt 25% Bonusbote in der Überlebenskategorie Tja Das werde ich verhindern Hoffentlich natürlich Es kommt der lade Screen Meal Okay... Immer diese Warterei... Langweilig! So, wir sind in der Lamping Lane in Holdenfield. Okay, dann... Legen wir mal los. Gehen wir gleich auf die Straße. Vielleicht sehe ich hier schon einen vorbeirasen. Nein. Habe ich dich! Habe ich dich! Habe ich dich schon gefunden, ne? Verarsch mich nicht, Mädchen! Okay... So... Hey! Habe ich dich! 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 So... Habe ich dich! Okay... Habe ich dich! Habe ich dich! Wo ist der? Die hängt noch, die hängt noch. Das sind beide tot. Doppelkirche. Ach, hab ich dich. Okay, links, 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 links. Jetzt hab ich sie verloren. Komm, 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 gib Gas. Die scheiß Falltürm. Der letzte. Alle erwischt. Außer ein, der ist disconnected. Aber okay. Das Ende. Und natürlich, einer hat aufgegeben, ne? Das aufgeben. War doch alles relativ fair aus, dass da eine disconnected ist. Ob es jetzt mit Absicht war, weiß ich nicht. Deswegen nur vier. Ja, aber okay. Wenn er meint. Okay. Dann gehen wir mal ins Upgrade rein. Und schauen mal. Verstört. Und wir sind Level 8. Geflüstert. Du hast eine ansatzweise Ahnung von der Stimme des Interviews. Höre vereinzelt das Flüstern der Interviews, wenn du im Umkreis von 48 Meter ein Überlebenden stehst. Das Alter. Das ist echt brutal. Okay. Ähm. Gucken wir kurz nach. Lalalalalalalalalalalala. Ah. Das hat er anpassen. Tö, 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 tö. Verstört, deine furchtsamwissen Erscheinung fällt Auf übel und fühl dich lange Strecke ins Auge Dein Terror, das erhöht sich um 8% Na, lassen wir mal Machen wir mal eine neue Lobby auf Für eine Runde reicht es bestimmt noch Doktor So, kommt, gibt Gas Zeig dir Geld Na, kommt Okay, dann halt so Sieht doch gut aus, ne? Ich habe ja früher, wo ich das bei Daylight gespielt habe Habe ich gar nicht Killer gespielt Ach, irgendwie muss ich jetzt sagen, mir gefällt es Oh, das Thompson House, Coldwind Farm Ui, das wurde interessant Das wird interessant, so Ja, lauf einen Kreis einmal rum ums Haus Könnte jemand sein, haha, okay So Genau, zuhören natürlich Da war auch schon jemand Und ich habe dich gesehen Wo wirst du hin? Na Die will nicht verarschen Ha, 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 ha Ne, 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 ne Hau ab Oh, die klitscht Alter Alter Warum klitscht ich das hier gerade so rum? Nein Jetzt reicht es Alter 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 sicher ich hätte alle seht ihr das also Seht ihr das? Beschiss, aber hochprozentig. Haha. So, du kommst jetzt dran. Du klitschig Mädchen, du. So. 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 Okay, eine habe ich auf jeden Fall. Schon mal positiv. So. 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 Das war's für heute. Das gibt's nicht. Alter, ich hasse es hier. Das war's für heute. Das war's für heute. Das kostet auch 1.000. Das war's für heute. Das war's für heute.